Hallo nochmal! In der Folge der Smart Facts schauen wir uns den ION 108 von Theben an. Wie im vorherigen Video schon gesagt, hat Theben mit der ION Sensorserie einen zum ersten Mal eigenen Tastsensor im Sortiment aufgenommen. Im vorigen Video haben wir uns den ION 102 und ION 104 angeschaut. Jetzt schauen wir uns den ION 108 etwas näher an. Optisch unterscheidet sich der ION 108 sichtbar von den anderen Tastern der ION-Serie. Wir haben in der Mitte ein Display, dann jeweils eine Taste links und eine Taste rechts und wie beim ION 102 eine Taste oben und eine Taste unten. Die Bedienphilosophie beim ION 108 sieht so aus, dass ich mir meine Funktion ganz einfach über die rechte Wippe aussuche. Holen wir uns zum Beispiel jetzt mal die Thematik Deckenleuchte. Wenn ich mir das Menü ausgesucht habe, kann ich dann durch das Betätigen der Auf- und Ab-Taste mir dementsprechend die Funktion steuern. Das gleiche beim Dimmen oder auch bei Jalousie auf Ab. Bei den Szenen sieht es so aus, dass ich mir meine Szene aussuche. Die wird dann anschließend gestartet. Und so kann ich mich durch das Menü durchklicken. Das klingt jetzt im ersten Moment vielleicht nicht sonderlich innovativ. Aber das Besondere beim ION 108 ist, ich kann mittels der Theben-App direkt dieses Gerät auch bedienen. Das heißt, alle Funktionen, die ich auf dem ION 108 abgebildet habe, kann ich in der sogenannten ION Play-App direkt aufrufen. Und das ohne, dass ich irgendwie einen Visualisierungsserver in meiner Verteilung habe. Sondern ich verbinde mich direkt mit meiner ION Play-App über Bluetooth mit dem Taster. Das ist natürlich da sinnvoll, wo ich vielleicht in einem Büro oder im einfachen Wohnzimmer eine einfache Anbindung haben möchte. Oder vielleicht sogar Gästen und Besuchern den Zugriff gewähren möchte darauf. Wie das eingerichtet wird, das schauen wir uns gleich im Detail nochmal an. Und gehen dazu gemeinsam in die App und danach natürlich auch in die Applikation. Die ION Play-App habe ich mal auf einem Smartphone, in dem Fall ein iPhone, installiert. Sobald ich die App öffne, wird er nach einem ION suchen. Den habe ich vorher schon zusammen mit dem Handy gepaert. Das ist ganz einfach, indem ich einfach über Bluetooth das Gerät suche. Sobald ich auf die Kachel bedienen klicke, habe ich alle Funktionen, die auch in meinem Taster einprogrammiert sind, direkt zur Verfügung. Das heißt, ich kann jetzt direkt von hier die Deckenleuchte, die auch eben im Taster einprogrammiert worden ist, direkt steuern. Und habe auch so die Möglichkeit, dort Funktionen auszuführen. Das gleiche natürlich auch für die Deckenleuchte, dass ich das dementsprechend steuern kann. Und somit ist es sehr simpel und einfach, die Visualisierung aufzubauen. Auf- und Abbefehle, alles mit drin, genauso auch wie die Szenen. Wenn ich die Heizfunktion aktiviert habe, kann ich dort auch meinen Raumtemperaturregler dementsprechend steuern. Und ja, wie man sieht, es ist sehr simpel aufgebaut. Aber am Ende vom Tag, was will man mehr, wenn man beispielsweise auf der Couch liegt und will irgendeine Funktion starten? Oder wenn man im Business-Bereich denkt, was will man mehr, wenn man am Konferenztisch sitzt und will irgendwelche Funktionen aufrufen? Da braucht man eigentlich nicht mehr als das, was in der ION Play-App integriert ist. Die Applikation des ION 108 ist natürlich ein wenig ausführlicher als die der ION 102 und 104. Allein schon deswegen, weil ich bis zu 20 einzelne Funktionen auf dem kleinen Taster darstellen kann. Wie schon gezeigt, die Funktionen werden dann einfach mit der Links- und Rechts-Taste durchgeschaltet. Ich habe die Möglichkeit, Funktionstasten oder Funktionen zu hinterlegen, damit ich einfach nicht diese 20 Positionen durchschalten muss. Und somit kann ich das Ding natürlich noch ein bisschen besser auf meine Bedürfnisse anpassen. Wie auch schon gesagt, der ION 108 kann per Bluetooth mit einem Smartphone gekoppelt werden. Das funktioniert genauso leicht wie das Ankoppeln eines neuen Headsets an das Handy. Bei den Funktionen stehen alle Funktionen wie auch beim 102 und 104 zur Verfügung. Schaltendem Jalousie natürlich auch. Oder auch die Thematik, dass ich mir RGB-Farbwerte einfach aufrufen kann. Das funktioniert in der Form durch Betätigen der kleinen Farbkachel. Und dann kann ich mir meinen Wert aussuchen. Was der ION 108 jetzt nicht hat, ist die Möglichkeit, der Doppel- bzw. langen Tastendruck auszuführen beim Schalten. Das fand ich beim 102 und 104 ganz interessant. Das hat doch relativ viele Möglichkeiten mit sich gebracht. Aber ich denke mal, darüber kann man hier wegschauen. Es stehen jede Menge Logos zur Verfügung. Noch ein bisschen unglücklich realisiert, dass es mit Zahlen gemacht ist, anstatt mit einem Klartext. Aber ich denke mal, das ist Software, das wird Themen bestimmt relativ schnell auch nachziehen. An sich ist die App, die Applikation sehr selbsterklärend, bietet wenig Raum für irgendwelche Komplikationen, sodass man sehr schnell zu seinem Ziel kommt. Und ich denke mal, dann hat jeder auf jeden Fall seine Funktion gefunden, die man braucht. Ja, ich hoffe, ich konnte euch jetzt ein paar gute Einblicke in die neue Taster-Serie ION von Themen geben. An sich eine gute Geschichte. Die ION 102 und 104 als einfacher Tastsensor und der ION 108 als wirklich smarter Sensor mit einer eigenen Visualisierung, die über Bluetooth aufrufbar ist. Das gab es in der Form auf jeden Fall noch nicht am Markt und stellt auf jeden Fall ein Alleinstellungsmerkmal dar. Wenn ihr Fragen habt zur neuen ION-Serie von Themen, kommt gerne auf uns zu, schreibt uns oder ruft uns einfach an.